So, wir haben hier unseren ersten Dschungel-Tempel entdeckt, hier ist eigentlich der Eingang, davor steht ein Skelett, das muss schnell gehen, ich hab nicht viel Zeit, ich will zocken. Wir haben den Dschungel-Tempel geschrottet. Ja, und wir haben ein bisschen Must-Down mitgehen lassen, und ja, so schwierig ist er nicht, also da finde ich den TNT-Wüsten-Tempel schlimmer. Ja, und hier sind zwar Dinge, aber so ein Pfeil zieht euch weniger ab, als ob ein Skelett auf euch schießt. Und ja, hier haben wir dann das Must-Down unten schon abgebaut, deswegen sieht er so verkrüppelt aus. Ganz viel Must-Down hier, und ja, das ist jetzt so ein verkrüppelter Tempel, und ich hoffe, das Video ist unter einer Minute, damit ich es auch unter einer Minute hochladen muss, und yeah. Nee, Spaß, wollte ich nur mal einen Dschungel-Tempel zeigen, wir spielen immer noch mit Default, weil das voll cool aussieht. Ja, ja, und, äh, dann, schüss und so, ne. Und töste Uskas.